Mein Name ist Fatima Abdullahian. Ich habe den Film Kick in Iran gemacht, der hier auf dem Filmfest München läuft. Und das ist ein Dokumentarfilm über die erste iranische Leistungssportlerin, die sich jemals für olympische Spiele qualifiziert hat. Den Film sollte man sich unbedingt ansehen, weil er etwas zeigt, was man bisher noch nie gesehen hat.